Hey Freunde, heute zeige ich dir wie du kostenlos Robux bekommen kannst. Wir sind hier in einem Spiel und hier bekommt immer zufällig irgendjemand Robux und deswegen schenken wir dieser Person jetzt Robux, weil sie dran ist. Und gleich sind wir dran und dann bekommen wir Robux. Unsere Chance, dass wir als nächstes dran sind, sind 0,47%, also gar nicht mal so klein. Und er freut sich, er bedankt sich. Dann wollen wir mal schauen, wo der Pfeil als nächstes hinkommt. Und, ah, leider nicht wir. Okay, was möchte er denn haben? Er möchte sich einen neuen schönen Skin kaufen und sein Ziel sind 150 Robux. Ich würde sagen, da geben wir ihm doch mal 5 schöne Robux. Und dann ist er sein Ziel schon ein bisschen näher, liebe Freunde. Man muss ein bisschen Liebe dalassen, um auch Liebe zu bekommen. Okay, wir schauen mal weiter, wer als nächstes dran ist und was diese Person haben möchte. Ich bin so gespannt, der nächste Spin geht los. Und wo sind wir denn? Oh, donating to the next person. Okay, er ist anscheinend ein Ehrenmann. Er möchte das wieder der nächsten Person donaten. Also machen wir das auch mal. Ich glaube, wir haben jetzt sogar schon 1%. Das wird cool, Freunde. Wir sind gleich selber dran. Und weiter geht's. Okay, er hat nichts bekommen, weil wir der nächsten Person donaten sollen. Okay, please do it beautiful. Okay, sie möchte ein Spider-Man werden. Sie braucht 200 Robux und sie hat schon 118. Dann wollen wir mal schauen. Jo, okay. Dann geben wir ihr doch mal. Wir geben ihr einfach mal 7 Robux. Okay, wir geben ihr einfach mal 7 Robux. Dann wird sie vielleicht zum richtig schönen Spider-Man. Und schaut mal daneben. Da ist ein Lamy-Fan. Felix muss 2013. Okay, wir schauen mal weiter. Ich glaube, sie freut sich. Ey, sie tanzt auf jeden Fall. Und jetzt ist als nächstes... Wo sind wir denn? Ich weiß das gar nicht. Oh, ich weiß nicht, was der da stehen hat. Oh, ich sehe gerade. Immer oben drüber steht ja, wie viele Robux die schon bekommen haben. Er hat schon 87 Robux bekommen. Okay, können wir das irgendwie... Komm, wir geben ihm 25 Robux. Und dann hat er seine 100 Robux voll. Und ich hoffe, dass er sich dann kaufen kann, was er da kaufen will. Oh, jetzt geht der Spinner schon los. Oh, Mann, ey. Sie möchte sich Haare kaufen. Die Haare, die sie jetzt hat, die gefallen ihr irgendwie nicht. Sie schreibt, sie ist broke. Aber sie hat eben so einen ganz komischen Skin. Ich glaube, ich gebe ihr mal nur 5 Robux. Ich glaube, mit den 10 Robux, die sie schon hat... Ja, 15 Robux. Wir müssen einen kleinen Anfang freuen. Wir müssen einen kleinen Anfang. Wir dürfen am Anfang noch nicht so übertreiben, Freunde. Und wir wollen ja gleich selber auch noch Robux haben. Deswegen geben wir einfach jedem ein bisschen was. Schau mal, jetzt hat sie schon 35 Robux. Davon kann sie doch bestimmt was kaufen. Okay, sie bedankt sich, ey. Richtig cool. Das freut mich. Wir müssen einfach mal gucken, wo ich bin. Jetzt geht das in die andere Richtung. Da bin ich! Ja! Jetzt bin ich dran. Okay, let's go. Vielleicht bekomme ich ja ein bisschen was. Ich habe auch ein bisschen Liebe da gelassen. Vielleicht bekomme ich ja was. Oh, ich habe ein Robux extra. Und ich habe auch 5. Ich bekomme ein Robux von Feliximus. Ich habe ihnen auch gerade Robux gespendet. Vielen, vielen Dank. Ich schreibe einfach mal Dankeschön in den Chat, liebe Freunde. Ich habe ein Robux bekommen. Also ist es möglich, hier kostenlose Robux zu bekommen. Und ein Robux, ein 3 Plant. Okay, dann pflanz doch direkt mal 7 Bäume. Ich gebe dir jetzt 7 Robux. Und dann kannst du dir davon 7 Bäume pflanzen. Ich hoffe, du hast Spaß dabei, liebe Freunde. Ich gebe dir einfach mal 7 Robux. Ich habe einfach mal in den Chat geschrieben, bitte pflanzt die in meinen Garten. Okay. Sing Squirm's Lullaby if donate. Okay. Sie will uns ein Gute Nachtlied singen. Ich bin gespannt, oder eher, ich bin gespannt, was es für ein Gute Nachtlied sein wird. Ich habe in den Chat geschrieben, dass ich das hören will. Okay, ich bin gespannt. Wer ist als nächstes dran? Oh, die Obdachlose. Smile for the camera streaming on YouTube. Okay. Dann, wenn sie auf YouTube streamt, dann geben wir ihr doch mal direkt 400 Robux und schreiben Hashtag Love von der Barprobande oder irgendwie sowas. Okay, vielleicht schreibt sie ja noch irgendwas. Ha, sie ist live auf YouTube. Okay. Und ich habe hier 400 Robux gespendet, Freunde. 400 Robux. Ich glaube, ich sollte da mal nachschauen, wer das war. Oh, jetzt bin ich schon wieder dran. Oh, ich habe gar nicht hingeschaut. Vielleicht bekomme ich ja noch was. Hi. Ich schreibe einfach mal hi. Und ich bekomme 25 Robux. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss danke schreiben. Dankeschön. Alter. Ey, Freunde, ihr wisst, es ist wirklich möglich, hier Robux zu bekommen. Okay. Wir geben ihr jetzt mal Robux. Die hat schon 175. Dann würde ich ihr einfach auch nochmal 5 Robux geben. Ich wünsche ihr damit viel Spaß. Sie hat nämlich nicht geschrieben, wofür sie das braucht. Also gebe ich ihr einfach mal 5 Robux. Okay. Sein Goal ist es. Sein Ziel ist es, 200 Robux zu bekommen. Warte mal. Ich kann ihr noch gerade ganz schnell Robux geben. Und, 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 und. Ich gebe ihr nochmal schnell Robux. Okay. Und Zoe war gerade eben schon. Okay. Hier habe ich gerade eben schon Robux gegeben. Ich gucke nochmal, ob ich ihr nochmal 2 Robux geben kann. Und dann wird sie hoffentlich froh. Ich schaue mal rein. Jetzt habe ich ihr... Ich habe ihr den Igel abgekauft. Und... Oh. Ist das die... Streaming on YouTube. Okay. Okay, okay, okay. Da haben wir gerade eben schon mal gut Robux donated, Freunde. Ich glaube, wir geben diesmal wieder 10 Robux rein, liebe Freunde. Und ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Vielleicht finde ich den Stream ja auch noch. Maria, Christina, 172. Oh, er ist direkt neben mir. Er ist AFK. Okay, okay, okay. Dann bekommt er nochmal 2 Robux. Er ist nämlich nur AFK. Vielleicht freut er sich danach über die 2 Robux. Wir gehen wieder rein. Geben nochmal ein bisschen Geld. Und jetzt donate if you want. Okay, dann, 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 dann geben wir dir einfach nochmal 5 Robux. Okay. Oh, das ist... Er steht neben der Streamerin. Okay, er steht neben der Streamerin. Ich hoffe, sie freut sich. Wie viel hat sie eigentlich schon bekommen? Ich weiß das gerade. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen mal hier reingehen. Oh, da können wir unseren Text anpassen. Und ich habe schon 485 Robux donated und schon 26 bekommen. Habe ich nicht schon mehr donated? Komm, mir wie so vor. Wir gehen nochmal rein. Und dann schauen wir mal weiter, Freunde. Oha. Oh, jetzt sind wir gleich bei dem Lami-Fan. Making a game. Any donations help. Google 1000 Robux. Okay. Hier haben wir einen kleinen Spieleentwickler. Den müssen wir ein bisschen supporten. Jo, aber doch nicht mit einer Million. Das ist voll, voll gierig. Ey, okay. Wir geben dir, wir geben dir 50 Robux. Okay. Wenn jede Amount, also jede Zahl an Robux hilft, dann bekommst du nochmal 50 Robux von mir. Hey, ich war schon wieder zu langsam. Okay. Oh, Mann. Jetzt sind wieder wir dran. Let's go. Vielleicht bekommen wir nochmal was. Vielleicht bekommen wir nochmal einen Robux oder so. Let's go. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ich bekomme einen Robux von Heigo99. Vielen, vielen Dank. Let's go. Okay. Einen Robux bekommen. Freunde, ich glaube, ihr müsst eher so die Technik hier in dem Spiel fahren. Nicht so viel zu spätten wie ich, weil die Leute wollen gerne Robux haben, aber geben anscheinend nicht so gerne. Ähm, sie sagt, ich soll einen schönen Tag haben. Dafür bekommt sie auch von mir 10 Robux. Ich wünsche, dass du auch einen schönen Tag hast und da bekommst du von mir einfach mal schöne 10 Robux. Viel Spaß damit. Ich hoffe, dass du dir einen coolen Game Pass oder irgendwas damit kaufen kannst, wenn du ein bisschen gespart hast. Sie hat schon 190 Robux bekommen. Sie schreibt, yay. Oh, mein Gott. Da können wir uns alle mit ihr freuen. Oh, schon wieder ein Obdachloser. Okay. Donate if you want. Have a nice day. Okay. Hier steht gar nicht, wie viel die Person schon gekriegt hat, oder? Ich gebe dir einfach mal 5 Robux und dann let's go. Okay. Ey, der hat sogar auch Geld gespendet. T-A-X-Rei-Q-YouTube. Vielleicht ist er ja auch auf YouTube aktiv. Das wissen wir nicht. Okay. Für Argentinien. Let's go. Ey, Argentiniens Fußballmannschaft ist auch gut. Freunde, seid ihr eher Team Ronaldo oder Team Messi? Messi spielt ja oder hat ja für Argentinien gespielt, Freunde. Ich schreibe mal in den Chat. Messi, okay. Wurde zensiert. Okay. Dann halt nicht. Okay. Er möchte Bloxbook haben. Okay. Ja, wenn er Bloxbook haben möchte, dann bekommt er jetzt von mir so viele Robux, dass er sich das auch holen kann. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall anscheinend noch einen anderen YouTuber dabei, der hier auch spendet. T-A-X. Aber ich habe mehr gespendet. Wir machen hier einen kleinen Spendenbattle. Okay. Wer ist er denn? Er hat gar keinen Namen. Cool. 100 Robux and I love Mr. Beast. Okay. Wenn er Mr. Beast mag, den mag ich auch. Ich gebe dir 10 Robux. Müssen noch andere neuen Leute das machen. Dann hast du schon genug Robux. Viel Spaß dabei. Let's go. Ah, er freut sich, glaube ich. Yay. Er freut sich. Oh, mein Nachbar ist hier selling burgers using all Donuts. Oh, er will ein Spiel machen. Er will ein Spiel machen. Dann müssen wir ihn supporten. Okay. Der andere YouTuber, er hat auch wieder gespendet. Freunde, die Leute hier in der Runde sind echt glücklich. So, ich habe den Typen jetzt erstmal angeschrieben. Der hier auch. Oh, wir müssen den Lami verändern. Den müssen wir auch nochmal 70 Robux geben. Den habe ich jetzt fast verpasst, liebe Freunde. Ich habe den YouTuber da gerade angeschrieben, dass ich gerade ein Video mache und er auch in meinem Video ist. Oh, jetzt ist die Person daneben dran. Wie selten ist das denn? Okay, das ist die Spider-Man. Das Spider-Man Mädchen. Ich glaube, ihr haben wir schon Robux gegeben. Aber wir geben ihr nochmal 5 Robux und schauen mal, ob sie sich dann extra das Spider-Man Kostüm kaufen kann. Ihr fehlen ja noch ein bisschen was. Aber das kriegt sich schon hin. Und weiter geht's. Donate if you like Chandler from MrBeast. Na klar, wir mögen alle von MrBeast. Egal, wie die aussehen, was sie machen. Ich finde die einfach alle cool, die da mitmachen. Und deswegen bekommst du von mir 5 Robux. Es gibt da gerade welche, die einige Personen davon nicht mehr so cool finden. Aber ich finde trotzdem alle cool, die bei MrBeast im Team sind. Oha. Okay, ich möchte jetzt, dass dieser andere YouTuber da ist. Let's go. Okay. Äh, der Text fehlt, der Custom-Text. Aber sie will nur 2 Robux haben. Komm, sie will nur 2 Robux haben. Da haben wir schon viel mehr gegeben, ne? Da haben wir schon viel mehr gegeben. Wir geben nochmal 2 Robux rein. Und sie steht sogar neben den Typen, der aus Argentinien kommt. Okay. Wir schauen mal weiter. Oh, er möchte 100 haben. Und er schreibt Hashtag Barprobande. Dann geben wir ihnen einfach mal 100 Robux. Viel Spaß damit. Ich glaube, der ist einfach irgendein englischsprachiger Typ, der einfach nur meinen Namen übernommen hat, damit er Robux bekommt von mir. Oh, sie möchte einen Fiend-Skin. Ja, okay. Wenn sie einen Fiend-Skin haben möchte, dann bekommt sie nochmal 25 Robux. Aber ich glaube, der ist ziemlich teuer. Sie möchte 1200 Robux haben. Okay, sie bekommt nochmal 25 Robux. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Und ich hoffe, du hast Glück. Oh, unsere Chance, dass wir jetzt nächstes dran sind, ist 3,19%. Ey, voll gut. Sie schreibt, oh mein Gott, Dankeschön. Bitteschön. Sie schreibt auch Barprobande in den Chat. Okay. Okay, okay, okay. Drei Leute noch. Okay. Singing. Oh, den haben wir schon gespendet. Komm, den haben wir schon gespendet. Aber wer kriegt nochmal Robux von mir mit diesem lustigen Bild? Oh mein Gott. Okay. Jetzt wollen wir noch ein oder zwei Personen noch verspenden. Okay. Er möchte sich einen netten Skin kaufen. Einen schönen Skin. Und darf... Er hat schon 136 Robux. Okay. Wir geben nochmal 36 Robux aus. Und wir haben gleich schon 1000 Robux ausgegeben. Alter, wie ist denn unsere Statistik? Wir haben 800 Robux ausgegeben und nur 27 bekommen. Okay, 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 okay. Ey, der andere YouTuber hat auch schon wieder reingespendet. Okay, okay. Jetzt haben wir den letzten gespendet. Und jetzt schauen wir nochmal, dass wir bei dem einen YouTuber auch nochmal richtig Robux dalassen. Okay. Und der Dripking ist dran. Let's go. Er ist dran. Okay. Und jetzt geben wir ihn nochmal. Komm, wir geben ihn 1000 Robux, liebe Freunde. Dafür, dass er der einzige war, der auch hier mitgespendet hat, liebe Freunde. Geben wir ihm 1000 Robux. Ich glaube, er wird einfach weiterschmetten. Let's go. 1000 Robux. Finally, ich glaube, er freut sich. Er hat 1003 Robux schon bekommen. Let's go. Grüße gehen raus, Freunde. Also ihr seht, es ist möglich, hier im Spiel Robux zu bekommen. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an. Ciao.